Moinsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd, das Ferienprojekt So, wir waren jetzt mal gestern geblieben Ich habe noch mal bis hierhin gespielt, weil ich es drauf habe, so Und jetzt machen wir Training Pam Adress Level 7 Pam, 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 pam Move you Aua Pam, 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 pam Ah, es ist so stark Gepär, halt so Ja, das ist doch schon irgendwie ein bisschen asozial, die Viecher Ja, aber... Ja, und Moral lässt sich natürlich von nichts irgendwas sagen, ne? Fum Ja, da ist ein Aquaknarrer pumpt Tot Kann irgendjemand zerschneider lernen Nein, dann müssen wir uns noch jemanden zulegen Geben Okay 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 Todes Krawum Klasse, nicht wahr? So, Trank, tun wir noch auf ihn Wirken So, jetzt haben sie alle was zur Verteidigung Ach, Lärmschutz, Aufruhr bringt zu dir nichts mehr Ja Damit hättest du niemals gerechnet Na komm, jetzt mach doch mal Aufruhr Danke Ach ja, Färte kann auch von Vorteil sein Ja Haha, seht ihr? Aber Möchte ich jetzt nicht hören WTF Na also Ich bin gleich down Ah Leute, ich geb euch mal den Tipp Ladet euch das Teil hier runter Falls ihr wisst, was es ist Wenn ihr es nicht wisst Das ist Heavenly Spirit Von Fullmetal Alchemist OST1 Ist der Originalname Auf jeden Fall Besorgt es euch Und lauft damit dann einfach bloß mal beim Sonnenschein irgendwo rum Ihr wisst Ihr glaubt mir gar nicht Wie extrem stimmungshebend das sein kann Und wie extrem glücklich man dadurch wird Pam 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 So, da sind wir auch schon Level 9 So, durch Lärmschutz sind wir nämlich immun gegen Aufruhr Ja, und die Viecher greifen uns auch mit nichts anderes an Na ja, von Golden Sun Pam Ich habe nichts mehr Los, move you Move you So, Trassler geben Oder wir lassen lieber mal diese Bäre bei Trassler Das lohnt sich irgendwie viel mehr Pam, gib her Aua Aua Gib mir die KP Gib mir die keine Planpunkte Oder gib mir deinen keinen Plan Aua Gib KP Aua Gib her, habe ich gesagt Aua Ha Aua Ja, gut Erstaunen bringt uns sowieso nichts Was sind wir Level 12 Lalalalalalalalalalalala Ah, mein rechter Zeigefinger Er tut so dermaßen weh Absorbieren Absorbieren Aua Aua Mh, mh, mh Oh, klasse Gut, dann hätten wir es jetzt eigentlich gleich schon Aua, knarre, pum So Ja, ich möchte einfach bloß ihn raus Move you Ach, irgendwie habe ich den Namen richtig toll rausgesucht Move you Du bist dran Mh, 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 mh Gut, tauschen wir mal Muvio gegen Sunpeak, äh, Sunpeak sag ich jetzt schon. Morave, Pam. Pam, hab ich gesagt. So ist Puff. Miau. Schwulbeanie. Pam. Auf einen schwul Boss hab ich gerade keinen Bock. So. Oh, Enneko. Ha, auch schön. Dem Schuss, Pam. Dabei ist Enneko so süß und selten. Nächstes Lied. Nächstes Lied, nächstes Lied, nächstes Lied. Oh, Leid, ist schon vorbei. Ja, das hatten wir am Anfang vom letzten Part, das Lied. Das ist Hardstyle-Version von Inspector Gadget. Pom, 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 pom. Absorbieren. Aber absorbieren. Absorbieren. Nein. Gib mir deine verdammten K.P. So. Oh, dann krieg ich diesen Paddels doch schon los mit Training von, ach, richtig, ja. Dum, 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 dum. So, sehr schön, Trasser ist mir bleibt. Konfusion. Pam. Pam. Ja, bloß blöd, dass meine Attacken speziell sind. Basti. Pam. Volltreffer. Hilfe. Aufruhr. Ich bin so im Aufruhr, man. Hör, penis. Penis, hab ich gesagt. So, Krabum, level 8. So, Lärmschutz. Das heißt, wir sind gegen dieses lustige Aufruhrding jetzt immun. Was dieses Viech auch gerade wieder sehr schön demonstriert hat, wie immun wir dann sind. So, man muss einfach bloß mit Trassler erst mal hier diesen an... HURENFIE! Ah, da komm ich rein und werd instant geheilt. Spastika! Ah, klasse, Ackerknappe. Pam! Ah, das ist echt scheiße, Mann. Ja, dafür hat das nicht so gute Verteidigungswelle, aber wenn man's erst mal ein bisschen trainiert hat, dann macht's richtig heftigen Schaden beim Gegner. Boah, wir haben schon vier Teammitglieder und das so früh am Anfang, das ist ja schon irgendwie brutal, ne? Muss man ja schon mal sagen. Klatsch. Jetzt muss ich noch überlegen, was ich noch alles mit reinnehme. Ein Feuer-Pokémon und ein Elektro-Pokémon, das ist wahrscheinlich noch. Was ist unser Gegner? Nimm Kader, okay. Ein Feuer- und ein Elektro-Pokémon werde ich noch reinnehmen. Aber welche, das weiß ich noch nicht. Also Quartel eventuell als Feuer-Pokémon, aber nur eventuell. Das ist auch ein lustiges Lied. Okay. Ne, Spaß, die Lasses. So. Hallo, Ninkara. Ja. Das ist VTF. Hör mal zu, Scheiße, was die... Fick dich. Absuber. Nochmal absuber. Absuber. Okay, so, wir sind level up. Naturkraft! Yo! So, jetzt trainieren wir noch ein bisschen Krawumm. Krawumm! Krawumm! Boah, zum Glück, ey, hat das Richtig nicht nochmal angetreten. Wow, und die Initiative von uns im Krawumm ist ja jetzt schon überragend. Das hier ist einfach bloß noch ein Remix. Ne. Mh, 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 mh. Juhuhu! Kampf umbereich Level 10. Und wieder Initiative plus 0. Geil, so muss das. Pam! Pam! Oh, Heuler bringt dir wohl nichts, Spasti. Pamm! Pam! 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 Aua! Pam! Aua! Und schon zum Level 11 und wir allein erstaunen! Yeah! Fund! Pam! Weg! Haha! Alter, wie das Viech ausrastet, ist ja immer brutal! Fund! Pam! Weg! Ich gritte mir die Welt! Bidi, 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 sieg mir gefeiert! Tschüss, verpust dich! Fund! Aua! Ah, richtig, ich vergaß! Fund! Aua! War ja klar, dass das Viech jetzt so übelst rein holen muss! Naturkraft! Starre Spore! Pam! Absurber! Ha! Aua! Gib mir KP! Gib mir KP! Gib mir KP! Gib mir KP, hab ich gesagt! Gut, das war ich dann jetzt erst noch vom Training her! Lalalala! Obwohl, ne, ich mach den kompletten Part jetzt nur noch Training! Lohnt sich jetzt nicht nochmal was anzufangen! Ui! Los, Krabum! Pfund! Nochmal Pfund! Aber ich hasse Schwabini, ey! Das Viech ist echt übelstern scheiß Penner! Aua! Pam! Mh! 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 Nächstes Lied! Mh! Krabum gegen Krabum! Ne Krabum gegen Flomme! Und das M ist so verbuggt! Eben hier der jetzt schon irgendwie! Ich könnte höchstens versuchen, das zu fangen. Guck mal, was ich mache. Hui, lustig, ne? Na, ich bin gerade so im Aufruhr, Mann. Boah, übel. Ich mache einen Aufruhr. Na, der wird weit sind. Also, wie stark das Krieg erstmal ist, ne? Mutig. Irgendwas mit Angriff, bloß im Init-Minus, soweit ich das weiß, gerade. So, wir tauschen auch mal gegen Move-U. Alter, das ist jetzt natürlich nicht so. Starre Spore. Aua. Gip her. Erstaun und Pum. Erstaun und Pum. Absolut, aber Pum. Aha, Triumph. Gip her. Aua, Gip her. La, 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 la. Tu, 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 tu. Aufruhr, Pum. Weg. Absurber. Paps. Du bist mir. Absurber. Ist von Blutsauger, oder? Ne, doch noch nicht. Zack. Aha. Das ist auf Level 14, wenn ich noch komme. Nein. Mist. Schade. Gib mir KP. Ja, ja, hol dich halt mal an. Au, ich bin stärker. So, gleich haben wir es. Dann überziehe ich in diesen Part ein bisschen. Gib mir KP. Level 14. Da haben wir es. Ah, sehr schön. Das kam doch jetzt schon in die Entwicklung. Yeah, Mann. Jetzt haben wir auch schon hier ein Move View. Und jetzt brauchen wir den Wasserstein. Und wo wir den finden, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt bloß noch den Wasserstein. Und dann haben wir auch schon richtig heftig Abspack-Action. Gut, hier hat alles geordnet, obwohl Erstauner ist. Hallo, hier. Erstauner 30, 40, 50. Okay. Konfession, weil wir trocken, ja, okay. Sehr schön. Dann hätten wir es. Dann würde ich jetzt bloß noch das Krawum-Markieren gehen. Ah, jetzt nehmen wir auch zum ersten Mal den Backsprite. Erstauner. Pam. Au. LOL, so viel hat es gar nicht abgezogen. Zack, gib mir KP. Gib mir KP, habe ich gesagt. Ja, Move View. So. Gut, vielen Dank. Pokémon bewegen. Markieren. Ah, richtig. Ich muss mir noch ein Pokémon fangen, was Dingens zerschneiden kann. Aber welches das sein wird, sehen wir dann demnächst erst mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal dann. Und ich sag bis dann, Leute. Adieu. Adieu.